Ich habe immer ein Problem gehabt mit dem Jetlag, also wenn wir in Amerika rumgeflogen sind, habe ich ein Portal lang gebraucht, dass ich mich mit der Zeitumstellung an den Körper gewöhnt. Und ich habe wirklich die ersten Nächte kaum schlafen können. Letztes Jahr haben wir gesagt, jetzt machen wir so einen Chip, wo wir speziell den Jetlag mit einbeziehen. Und das hat mich selber fasziniert. Da bin ich nicht umgekommen und habe nur ein paar Minuten geschlafen, sondern da war wirklich die erste Nacht so, dass ich jetzt nicht ganz hoch geschlafen habe, aber eindeutig besser. Und die ganze Phase, wie sich dann der Körper gewöhnt hat, hat wesentlich kurzer dauert. Und das war wirklich für mich auch ein bisschen faszinierend, dass es so möglich war. Und hast, glaube ich, dann sogar auch gewonnen am nächsten Tag, oder? Am nächsten Tag nicht. Wir sind immer eine Woche davor drüben, aber wenn ich es auch noch richtig weiß, dann hat das ganz gut geklappt. Genau.